Hier sind wir richtig. Aber sowas von richtig. Was geht ab Freunde? Wir fahren jetzt nach Polen. Wird ein gewaltiger geiler Vlog hoffentlich. Ich bin auf jeden Fall im Arsch. Halb acht. Ich bin gefickt, ich schläge mich gleich ins Auto und anpelle. Schloch kaputt, tot. Anstrengend. So manche Leute würden das als Schienbeinschoner benutzen. Das habe ich auch. Ja, aber du hast das für Knie. So hier so ein Ding. Da sehe ich schon manche Leute. Ein paar Brecher. So ein Pioi damals hätte die Seife, um die Leute wegzunocken. Zum Nocken. Ein Geldkorn. Hä? Versteckt? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? So ein Laden für Yuki. Spielzeuge holen. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Hier ist es irgendwie richtig. Hier habe ich sowas von richtig. Hier habe ich sowas von richtig. Guck mal, mein Vater hat gerade schon gesagt, es gibt es nur im Deutschen gibt es sowas nicht so. Alles so, alles weiß. Hier mit Koller, mit was weiß ich alles. Hier sind wir richtig. Achterpacks. Eightpacks, nicht schwule Sixpacks. Das sind echt die geilsten. Cheetos Baby, Cheetos. Guck mal Nigel. Und mein Hund mit meiner Oma. Guck mal, ich habe meinen Hund gerettet, sonst bringt er mir noch irgendwelche Flöhe nach Hause. Wie sie wissen, mit der Zigarette im Mund. Alles unter Kontrolle. Ganz wichtig. Alles unter Kontrolle. Auch auf dem Wegel. Alles unter Kontrolle. Guck mal, es gibt Leute, die verstehen Off-White-Juhe und manchmal gibt es Leute, die Off-White-Juhe nicht verstehen. Wir sind unterwegs und auch letztes Jahr. Schauen wir mal was Schönes finden hier heute. Bisschen Geld aus Ballet. Tag 2 auf jeden Fall heute. Gestern war entspannt. Bisschen nicht so viel gefilmt. Tag 2 jetzt. Schauen wir mal. Ich versuche überall mitzunehmen. Mal gucken. Vielleicht wird es super. Super. War uns sehr gerne. Super. War es sehr gut? Ja. Guck mal, so sieht das aus, wenn man von Polen zurückfährt. Es ist schon ein sehr großes Auto, ein Geländewagen, ja? Das ist voll. Und weil das nicht reicht, ist es hier auch. Freitag, Samstag, Sonntag und jetzt Montag zurück. Ein bisschen eingekauft, mehr fühle ich mich jetzt auch nicht. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, lass ein Like da, lass ein Abo da und wir sehen uns in den Streams, kommt vorbei in den Streams. Tschüss.